Man kann eben alles steuern. Das heisst ganz einfach jedes Einzelgerät, aber bis hin zu komplexen Szenarien aufrufen und perspektivisch dann eben auch das System konfigurieren. Das heisst, den individuellen Ansprüchen entsprechend anpassen. Die Firma Digitalstrom stellt Komponenten für ein vernetztes Zuhause, für ein sogenanntes Smart Home, her. Die Basis für dieses System sind solche intelligenten Lüsterklemmen. Damit können sie eigentlich alle elektrischen Geräte vernetzen. Das sind das Leuchten, Beschattung, Taster, Sensorik und so weiter. Diese kommunizieren dann über die Stromleitung und sind so sehr einfach und komfortabel vernetzt. Zusätzlich können wir auch über IP-vernetzte Geräte integrieren, z.B. Küchengeräte sowie Kaffeemaschinen, Sonos-Lautsprecher, Fernseher und so weiter. Immer mit dem Ziel, den Komfort, den Energieverbrauch und auch die Sicherheit im Zuhause zu steigen. Was Zülker gut kann und gerne macht, ist die sogenannte End-to-End-Experience oder End-to-End-Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass wir unseren Partner von Anfang an bis zum Realisieren des Projekts begleiten können. Das bedeutet, dass wir dabei sind, wenn wir das Konzept erstellen, das können wir auch überprüfen und beispielsweise anhand von Visibility-Tests und Benutzerbefragungen validieren. Und wir können dann eben das Konzept umsetzen. Und wir gehen auch schrittweise und phasenweise vor. Das heißt, dass wir auch immer wieder validieren können und schauen, wann ist die Idee korrekt, gehen wir die richtige Richtung. Herr Zülke hat uns überzeugt, nicht nur im zur Verfügung stellen der Ressourcen, aber auch in einer schnellen, sehr zielorientierten Umsetzung. Das auf der einen Seite sehr lokal, auf der anderen Seite eben auch mit einem verteilten Team und gleichzeitig sicherzustellen, dass eben der Kunde im Zentrum steht, die Bedienfreundlichkeit und die User Experience an oberster Stelle zu sehen.